Hallo Leute und herzlich willkommen zu wiederholen bei Castlevania Symphony. Zumindest glaube ich, entweder ist es ein Schwert oder es ist ein Kürras. Eins von diesen beiden ist es auf alle Fälle. Ja, Ninja Skelett, Hallöchen. Ich habe ihn schon vermisst. Die meisten Gegner sind so Wohn-Hits, zwei Hits. Ja, aber die Stärkeren, also dieser Kerl hier, der macht mir schon noch ein paar Problemchen. Ah, endlich level up. Hoch mit den Stats. Namakura, was ist denn das? Kann man das essen? Ah, ein schlecht gemachtes Schwert, ja. Da habe ich dann nur noch acht Angriff. Ne, das nehme ich nicht an. Wo bin ich jetzt hergekommen? Hier von rechts. Hier brauche ich den Nebel. Warum wollen die immer Sachen, die ich nicht habe? Hier geht es auch noch nach unten. Uh, da geht es weit nach unten. Hallöchen. Geisterfrau. Kloppe ich den in den Hintern und dann ist es weg. Uh, riesen Einblendung. Ihr seht, ich bin immer noch in derselben Aufnahme. Ich habe da noch nichts geendet. Ein Aufzug, der nicht funktioniert. Ist immer gut. Ach, das ist die andere Seite. Blödes Pferde. Ja, das Spiel dedikiert mich auf jeden Fall in den wichtigen Weg. Da, wo die Gegner noch einfach sind, da soll ich hingehen. Könnt ihr da bitte sterben für, ne? Warbane, was sieht das schon wieder? So viele E-Tems im Moment. Effektiv gegen Wurrbeasts. Sprich gegen Werwürfe und sowas. Hm. Sollte ich mir merken, dass ich das dabei habe? Ja, schon 150 Helf. Damit kann man arbeiten. Denke ich mir zumindest. Werden sehen, wie das weitergeht. Und... Aha! Das ist ja cool im Hintergrund. Dieses Vieh. Das ist aus... Ah, sagt's mir. Wie hieß es? Castlevania... Dracula X... Das, was ich nach dem Bannerstag gespielt habe. Dieses Castlevania. Da war das der erste Zwischenboss, der ich gejagt hat. Und hier liegt der Tod rum. Das ist schon cool. So, Geistermännchen ist da. Uh. Der Blutumhang. Sieht aus wie ein Metzgershop hier unten. So. Kondition geht runter. Glück geht runter. Und alles andere geht auch runter. Die ist auf jeden Fall schlechter als die Kristall. Schade eigentlich. Aber ich kann es mal anziehen, dass ich sehe, wie die aussieht. Ja. Ist ziemlich rot. Ne, aber die ist besser. Wie elegant ich da immer in die Feinde reinspringe. Knochen-Ski-Meter. Ähm. Sehe ich so gar nicht im Winter. Dann wird schon nichts Wichtiges sein wahrscheinlich. Wenn sie es mir nicht angezeigt wird. Dann ist es auch nicht wichtig. Uh. Ich habe meine Skelette. Uh. Herz. Herz, 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 Herz. Herz, Herz, Herz. Herz-Container ist immer gut. Das lernt man frühestens in Legend of Zelda. Gut, dann habe ich das auch abgestraubt. Dann könnte ich den Bosskampf doch nochmal probieren. Mit einem Level-Up in meiner Tasche. Und dieser speziellen Waffe sollte das ja gehen, oder? Muss ich nur mit der Scheibe auslaufen? Hä? Na, was mache ich dann gegen den Minotaurus? Die muss ich dann so kloppen. Das wäre halt jetzt noch extremst lustig, wenn man sagen würde, wenn du diesen Blutumhang tragen würdest, dass der Minotaurus stur auf dich geht, ja. Autsch. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er normal hergeht. Wie er durch die Seite durchspringen kann, der Sack. Gibt es einfach mal ganz frech Weihwasser ins Gesicht und Ruhe ist. So, das war hier unten rechts. Dann gehe ich aber nochmal zum Speierpunkt, damit ich volle Lebensenergie habe. Und dann probieren wir den Bosskampf nochmal. Wäre gelacht, wenn wir den nicht schaffen würden. Ich denke mal, es ist ja nur wieder schwer, wenn sie zusammen agieren. Also wenn einer weg ist, dann sollte das ziemlich einfach sein. So, Ornstein und Smog mäßig. Zuerst muss ich nur die Waffe wechseln. Verbain, genau. Ja, mit diesem coolen lila Effekt. Passt zu meiner Robe. Ach ja, Alucard und Fashion. So muss das sein. Bin ich jetzt gespannt. Bücherei-Karte. Stimmt, die lag hier auch noch. So, Mr. Belmond. Was, der ist schon tot? Coole Sache, Jack. Nein, 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 nein. Genau, der macht einfach mal Show. You can't. Nein, nicht drüber. Da, ich bin nicht damit. Ja, Level Up. Bosskampf besiegt, passt. Gar nicht so schwer. Mit der richtigen Muffin? Ich bin sicher, das war ein Belmond. Also, er sagt, er ist der Herr von diesem Kastel. Sagt er das? Und mehr Lebensenergie, wunderbar. Bekomme ich jetzt was dafür, dass ich die zwei getötet habe oder nicht? Ah, jetzt bin ich auf dieser Seite. Ah, die Form von Mist. Und mit Form von Mist meine ich natürlich die Nebelform. Deaktiviere ich jetzt wie? Ähm, Button-Settings. Mist, das Dreieck. Ah. So funktioniert das. Okay. Gut zu wissen. Wie komme ich jetzt da wieder zurück? Ach, da bin ich eh schon am richtigen Weg. Gab es nicht noch irgendein Gitter, wo ich schon durch konnte als Nebel? Ich weiß es schon wieder nicht mehr. Ich glaube, das war auch irgendwo am Anfang. War irgendwann irgendwo Gitterstäbe. Wenn ich mir das noch alles merken könnte. Okay. So, jetzt ist natürlich die nächste Frage. Ist der Weg da unten offen oder nicht? Skeletter-Rank. Haben auch einen coolen Namen. Oh, Geld. Ja, der Weg ist sogar offen. Die Statue müsste weg. Die rechte. Dann wäre das alles kein Problem. Die dürfte sich jetzt als nächstes bewegen normalerweise. Ich glaube, das geht immer so im Minutentakt. Okay. 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 Ich glaube, ich will doch nur da hoch. Ach, die Pfanne kann ich so schlagen. Interessant. Ach, komm, geh doch weg, du blöde Statue. Wo war das letzte Nebelgitter? Oder das nächste Nebelgitter? Hm. Dass das ein bisschen nach Zeit läuft hier bei dem Uhrenshop, das ist ein bisschen blöd. Der hat zwar die ganze Zeit im Hintergrund dieses Tickern, aber hilft mir auch nicht wirklich. So, wo laufe ich jetzt eigentlich hin? Ich weiß es gar nicht. Ich habe keinen Fall. Gab es hier nicht noch auch noch irgendwo eine Stelle, wo ich noch nicht hin konnte? War hier oben nicht eine blaue Tür. Also eine magisch verschlossene Tür. Ja, natürlich. War ich hier schon? Ich glaube nicht, oder? Ach, doch, hier habe ich den Schalter gedrückt, dass die roten Plattformen weggehen. Natürlich. Ja, ich werde mich jetzt nur vor- und zurücklaufen sehen, bis sich dieser Weg offenbart in dieser Uhr. Und ich bin jetzt ziemlich sicher, dass da oben ein Item liegt auf der rechten Seite. Und man kann diese Dinge auch offen halten über längere Zeit, wenn man eine Stoppuhr benutzt, das weiß ich auch. Das Einzige, was ich nicht weiß, in welcher Uhrzeit sich dieses Ding öffnet. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Leider, leider. Warum ist diese Uhr Gold und die anderen nicht? Jetzt sind beide wieder zu, okay. Das würde bedeuten, irgendwann müsste mal die andere aufgehen. Kann ja nicht mehr so lange dauern. Aber ich glaube, dass die linken Seite generell öfters aufgeht aus die rechte. Das ist auch ganz praktisch, dann kann ich hier nämlich ein paar Herzchen sammeln. Und das sind so die Vorteile, was man hier in dem Spiel macht. So, speichern. So. Ja, Symphony of the Night ist halt ziemlich viel Backtracking rumgelaufen. Ausprobiererei ist halt der Sinn des Spiels. Das macht auch den Reiz aus. Jedes letzte Geheimnis zu düften, was dieser Ort verbirgt. Nein, das ist schon wieder die Seite offen. Das ist aber ärgerlich. Das erste Mal, wenn ich da war, wo ich noch keinen Doppelsprung hatte, da war die rechte Seite offen. Wisst ihr, da war es dann wieder so richtig schön geteilt. Jetzt wäre es offen, aber du hast das nicht, was du brauchst. Naja. Müssen wir das Beste draus machen. Wo ging es jetzt da weiter zum Uhrenturm? Das wäre da rechts oben. Dann machen wir einfach ganz normal weiter. Dann gucke ich da später vorbei. Wird schon nichts so wichtiges oben sein. Ich komme so auf, ganz gut klar. Die hielten auch schon mal mehr aus, die vier. Wir machen jetzt so richtig schön Schaden. Halten richtig schön viel aus. Haben einiges an Lebensender. So gefällt mir das. Kann ich in der Bibliothek weiter mit dem Doppelsprung? War da nicht was? Ich glaube, ich kann da oben irgendwo raufspringen. Oder muss ich dafür fliegen können? Das weiß ich jetzt nicht. Eins von beiden. Wir gucken einfach mal hin und lassen uns überraschen, würde ich sagen. Tschüssi. So, die Ohrne hatte ich schon. Unten war ich auch schon. Kann ich eigentlich nur noch hier nach oben. Ach hier, das habe ich auch noch nicht geholt. Garnet Ring. Auch nur wieder was zu verkaufen. Ja, bin ich richtig. Auf jeden Fall gehe ich zu diesem Bücherei-Typen. Liberia, dann verkaufen wir die ganzen Dinge, etc. Vielleicht hat er wieder irgendwas Neues im Angebot. Stockwerk nach oben. Hier war der Bosskampf gegen mich selber. Gegen mich selber. Aufzug brauche ich gar nicht. Ich kann so hoch. Schwupp, schwupp, schwupp. Und sind wir jetzt in der Bücherei normalerweise. Also ich täusche mich jetzt ganz krass. Aber ich glaube es gar nicht. Ne, ne, wir sind schon hier. Passt schon. Ah, die brauchen immer noch zwei Schläge. Vielleicht kann er auch die Waffe entfluchen. Und was mache ich mit dem Bücherei-Kärtchen? Das ist auch noch so eine Frage, was ich... ...noch nicht weiß, was ich damit machen soll. Ah, Tumore. Okay, der braucht zwei Hits. Das ist schon ein bisschen viel. Oh, die brauchen alle zwei Hits. Wenigstens ist da ein Ankerst drin in der Lampe. Au. Kriegt mir einfach ein Buch ins Gesicht. Und schon wieder. Was ist das? Grapes. Wenigstens damit. Eintrauben. Hallo. Danke. Ich fange mich zehnmal vorbei, weil hey, ich bin cool. Ah, so viele Viecher. Oh yeah. Noch mehr davon. Ach, hier oben gab es ja diesen... ...diese Rune für... ...zum Anzeigen der Feindmissnamen. Stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Ah, da werde ich gar nicht rüberspringen können, oder? Nop, reicht nicht. Oh, doch, es reicht. Wunderbar. Aber ganz nach oben komme ich noch nicht. Alles egal, was haben wir denn hier? Mal über den Dachbalken spazieren. Hier ist nur ein Speierpunkt. Ich hoffe mal, dass es jetzt links noch weiter geht. Zieht fast danach aus. Was sind das Viecher? Ach, Flohmänner. Flohmänner in Rüstung. Interessant. Was zum Teufel habe ich jetzt gemacht? Ich habe jetzt irgendwas gedrückt und weiß nicht was. Es ist immer gut, wenn man sowas macht. Will ich denn jetzt? Oder, komme ich hier hoch? Nein. Da komme ich nicht hoch. Flohmänner in Rüstung. Das ist schon cool, irgendwie. Hilft uns zwar auch nicht viel. Wenn die nicht so nerviger umspringen würden. Oh, Geld. Geld, Geld, Geld. Geht es hier auch irgendwo weiter hier oben? Oder muss ich nach unten? Das ist noch ein einsamer Flohmann. Steinmaske. Hier erscheint nichts. Gucken wir uns doch mal die Steinmaske an. Stone Mask. Intelligenz geht hoch. Die Fans bleibt. Nehmen wir doch das. Ach, du hast eine Wand. Ne, hier passiert überhaupt nichts. Aber nur für die Steinmaske. Du willst doch Flohmann. Jetzt geh ihn weg. Ich will nichts von dir. Und den hat nie was von dir. Gut, hier geht es nach unten. Ah, Flohmann im Kreuz. Alles kein Problem. Den machen noch einen Schadenspunkt. Macht alles nichts. Oh, niedriger Dämon. Ähm, du hast gerade einen Tumor geschissen so nebenbei. Und Mudman. Lehmmännchen macht der einfach so. Einfach mal so ganz spontan in den nächsten Boss reingelaufen. Das ist natürlich auch nett. Der ist so ein bisschen blöd zu treffen. Ist er tot? Ist er tot? Ist er tot? Ist er weg von mir? Ja, er ist tot. Aber der war einfach. Und mehr Lebensenergie. Jawohl. Der war verdammt einfach der Kern. Wenn das auch so interessant an dem Spiel ist, dass du halt nie wirklich weißt, wann kommt ein Boss und wann kommt kein Boss. Aber wie ihr gesehen habt, gehst du in den Raum, zack, ist ein Boss gekommen. So, hier. Frankfurter. Oh, nix. Takemitsu. Das hört sich doch mal stark an. Bamboo-Schwert-Zweihand. Ne, er ist total schwach. Pff. Frankfurt. Aha. Geh ich aufs Nebelgestalt einfach hier durch? Wir finden die Fledermausgestalt. Yes, all of a bad. Gut, gut, gut. Jetzt können wir wieder an Orte reisen, wo wir früher nicht hinkonnten. Tsch. Das ist gut. Das heißt, ich kann jetzt da oben rüberfliegen, wenn ich will. Beim Glockenturm, da kann ich jetzt einfach rüberfliegen. Da brauche ich mich jetzt nicht mit dem Doppelsprung abärgern. Und ich kann hier in der Bücherei jetzt nach ganz oben. Jawohl. Awesome. Awesome, awesome, awesome. Awesome. Wow. Oh, Flohmänner. Das sind jetzt genau die Wesen, die ich eigentlich nicht sehen bin. Aber hey. Die Rumspringerei von denen. Das ist eigentlich das, was sie nervig machen. Sonst wären sie eigentlich total kuschelig. Versteht ihr ja, Kuschilek, Flohmänner? Aber die Leute, bis es weiter geht bei Castlevania. Symphony of the Night, das erfahren wir in der nächsten Folge. Bleibt wundervoll, bleibt sexy, ich bin der Zircon. Stay tuned and solo.